Schon seit Jahrhunderten lebt unsere Art verborgen auf der Erde. Doch die Dunkelheit hat uns erneut gefunden. Prime. Es geht um das Schicksal aller Lebewesen. Unicron ist auf dem Weg. Das reagiert nicht! Nein, verzieh dich! Wow, ich dachte wir wären Bros. Du hast einen Menschen hierher gebracht. Ich bin niemand. Ich habe auch nichts gesehen. Ich sehe auch jetzt gerade nichts. Das ist nicht unser Krieg. Optimus, wir alle brauchen einander, um zu überleben. Wie groß kann dieser Typ sein? Äh, er frisst Planeten. Also viel größer als ein Planeten. Letztendlich wird er alles, was dir wichtig ist, verschlingen. Vielleicht gibt's noch einen anderen Weg, um unsere Heimat zu retten. Solch einer Bedrohung musstet ihr euch noch nie stellen. Sollen sie kommen. Nancy! Fmanöre Ratsho! Futter! F Born Barsous! Futter! 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 shameful, wie kranket! Brüтяk wäre Angst. Untertitelung des ZDF, 2020